was steht du holst du mit EVE AP ja aber was mit was fängt an ein Zauberstab oder einen richtig dicken Stab kannst du dich ahnung wo was anderes kaufen also gut sind Pflicht okay du Mut habe ich und da kein Wot aufgelistet sind sie doof oder so ich glaube schon mein Zauberstab und dann kehrt ne kehrt wo ich mich nicht ne brauchst du echt nicht nicht mit EVE 3 2 3 3 ich bin ich bin okay alle lieben mich weil ich geil bin der war gut das war eine dicke Lüge und auf jeden Fall das mit vom Wb Wb ich muss sich sehen ein wilder Olaf als er doch die Ritter Dom oder so und hat erwartet dass er aber auch so dass er der dritte nun machen wir jeden Tag ja wobei von ab wie sie wurden mit einer Träne und bei jeweils holen sie der kann aber auch nicht verschlucken wenn du verstehst was ich meine ha ha liegst da hat kein Schild nein Geld die Probe was ist los als er ist schon lange tot keine Ahnung ich war grad irgendwie ne weil er war so und er war so ich lauf weg und ihr so auch wir können ihn nicht mehr kriegen und dann auf einmal Potsch war der Tod Furs Blatt ihr seht mich ihr seht mich nicht ihr seht mich ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht 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 ich kann die Eveline weil ich keine Hoden habe oh Gott er hat sich er hat ihn gut job na hat er nicht mehr der hat keine AP alter der hat wie wenig meine Kosten nicht ne 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 der hat mich wohl nicht mehr an der Fall boah ich hätte Q drücken müssen hätte ich kaisen mach einfach immer schön kaisen ha 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 ja am Arsch ich bin nicht so wie du ne lol das Ash O h was ist die Ash kauf was ist die Ash kauf h uuuh die klingel der HUBGER keine boots nur so abwarten das stimmt das ist ja ein Kettchen gelangt Nürnberg und ich das auch verhältst du es nicht dass es sein das war eine Trappe oh mein Gott ja kommt dann halt immer mehr tun meine Ölchen weh Superart hat mich ja ehrlich gesagt schon relativ äh ich will es sagen ALTER halt mal rumzulacken hier oh mein Gott der ganzen Olaf Katastopä Davuk Hex Hex du schon wieder schon wieder? tut mir leid das wissen alle Abonnenten du Hex das ist so lächerlich wie sie rumlacken ich hab eine Old immerhin etwas wie er mich schon wieder stunnen will du kack Typ die Old macht ja immer gar keinen Schaden lieber nicht komm her Timo da ist doch ein Bloody mit drin Idioten da 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 ist ein Blattloch drin Njoo oh ich glaub ich will mir dieses Buch das letzte Nacht ganz wenig ja ich auch da ist ein Ölach achso hohohohoho heu 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 ein Feuerzeug die hat immer brauchen der Junge nein das keine Ahnung was das war ich hab Angst zks du bist mein oh nein du bist nicht mein das ist ganz schön schwierig den Stöckelschuen so zu laufen das ist ganz schön schwierig den Stöckelschuen so zu laufen nein du musst das anders betonen die sagt das komplett anders achso oh ah fuck ich hatte keine Nolte ich bin tot dead John Owen ist dem das da hab ich das Schild ja gerade noch im letzten Moment jetzt zerstört Och weiße Li geh doch mal auf die Ash er wird uns Ohja Quadra für mich nein weh 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 du bist so eine Sau was hast du denn gedacht Quadra für mich geh bett was mag ich ihm bei Eve als zweites den B oder den E diese Ult von Sivir du lebst ja noch was ist das denn für ein Betrug Gott da will man nicht einmal tot sehen ne danke kein Problem Evelyn ok er wird sterben oder ah knapp schade eigentlich ne verdammt wenn sie erst sterben aber fuck stimmt da war ja noch ein Team ach leg mich doch ok ok ja wir haben ja ne Sivir alles ok mal ne kluge Sivir meinst du tot ja nein ja sicher noch der Escher rum ich hab überlebt wie ist die Luckin das ist so lächerlich schon wieder ja lol nein true damage zack was der Olaf sich für ne scheiße auf dem steht naja ist ein bisschen traurig naja ist ein bisschen traurig naja ist ein bisschen traurig huuu ist ja easy huuuu huuuu oh nein die nicht wollten da ist die anderen erwischt da ist die anderen erwischt das jetzt du kannst ein bisschen Zeit des calm es den passen um was die Post gegenüber sie vorher war er hat er hat er es wird in Europa getötet wo die Bauern was traurig sein im Haus ich habe Angst vor Timo Wieso hast du 2 kills mehr als ich? Das sehe ich nicht an. Ja, ne weil du Cutter bist. Ne, weil ich besser bin. Ach so, okay. Der hat schon Blacks lieber. Ich glaube es hackt er. Wow, kick ihn weg du Muschi. Hab doch mal Eier und lass sie kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass die Old von Evelyn prozentual Schaden macht. Ne, wusstest du nicht, ne? Deswegen haben wir Deathfaggers genervt genug. Go, los, geh da rein, zeig Eier. Ne, ich werd nicht festzecken. Zeig Eier. Zeig Eier, los. Ne, ich gewiss nicht bei mir. Steck, ich seh auch gerne. Wieso? Ja, wie willst du die denn auch sehen? Ich helfe dir nicht. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe bitte. Ich helfe dir nicht. Ich hab überlebt. Kein Problem. Ihr kleiner Bobby. Ich helfe doch nicht. Ich helfe. Ich helfe doch gerne. Ich helfe doch gerne. Ich helfe dich bitte. Und dieicians. Ich helfe dich mit. Ja. Wow, lauft halt in alle Pilze! Was? Haben wir hier auch noch einen drin? Ja! Noch einen, zuhören. jetzt macht die sie hier die ist eh nicht exekutet ich denke nicht, aber nice ah, er ist ein Noob, er ist so ein Noob oh ja komm, wirf deine Axt ich hätte nicht gedacht, dass er sogar trifft nice, good job report boah, was da alles angeflogen haben das bleibt ja, natürlich nicht wollte ich sterben oh, da ah, ah ich wollte die Echte haben ja, ja, das war es, ich klappt ja doch für einen verstärkten Wester zu kaufen, nur voll ich unbedingt nur ein einziger, ne? oh, ich glaube ich, um ein Wotern natürlich holst du den Wotern natürlich holst du den Wotern, weil es mir hilft Amnys bald wir hatten von den Black Cleaver wow, dafür hat sie keine Boots, GG ich hab' den Wotern verkauft ich hab' den Wotern verkauft nicht im Ernst ich weiß nicht mehr, Schick da könnte er hinhauen go, go fight it's all fight it's all wie denn? ich weiß nicht, wenn du die Fighters die Wotern von uns ist so gut wie tot zum Beispiel Dark Hunter ich hab' den Wotern ich hab' auch getötet Gold ja dann Stücklein ich ich werde nicht sein ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh 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 nicht ich bin tot er hat gesagt, ach nicht alter wollte sie machen ja, grüß sie, ne? das sei nach dran ne, oh 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 du scheiße, es hat das bekommen nimm das mal Damit du wenigstens irgendwas machen kannst, weil ansonsten bist du echt voll useless Danke, du auch Danke, kein Problem Ja, deswegen crash-shack ich gerne Wow, ich konnte ihn nicht treffen Ich bin schneller als der Schattenerlauf Ich bin schnell Pilze, nein Oh, MG Beide tot Wie der Timo sie alle owned So, und das nächste ist wohl ich mir einen Hextech-Gunblade Ich hab doch jetzt einen Voter, was willst du? Ich hab jetzt einen Voter Warum willst du denn einen Hextech-Gunblade kaufen? Ist doch voll Hextech-Gunblade Hextech-Gunblade Komm her zu mir! Warte Warte Nur weil wir rumgearbeitet haben, ist er jetzt gestorben Äh, oder auch nicht Was? Ja, sicher! Du bist tot Bitte, ja! Ja, ist doch ein Scherz, Alter, komm Ich kann gleich in der Base bleiben Ich verreck' ja eh an, dauernd Das ist mir ne Scheiße Wieso siehst du ihm die Dreifach-Tötung? Weil er sie nicht mehr bekommen hätte Doch Wo ist dein Voter? Ja, komm doch mal her, ich brauch dein Voter Ja, okay, ich komm jetzt Da Ja Guck mal mit auf mich Was? Was ich geguckt? Das ist ein Affenarsch Was? Was ich geguckt Das ist schon gut, dass er und die West Nee, ich hab' unsere NIVI Inhibitor gewollt Das war nicht gewollt Haha, das war voll geil aus! Komma Wow, Nice Nice Wow Schön warten Den, 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 den Du pau 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 Democrats Worauf Doch wie háfant viel Schaden ey Ich dachte incentive Thetis So wie die Yesivier Hust platform Ullop ja dann geht es danke ich bin da ist auch ein Timo das ist mir egal komm mir nachher ich sagte für den Vordergrund hat das Ziel danke Danke. Report und so. Achso. Ist dir scheißegal, ob du Penta machst oder nicht. Könnt ihr mal für Kill zu ziehen, Alter? Nee, gewinnt nicht. Oh oh, da kommt ein Olaf. Der ist bad. Kann ja keiner ahnen, weißt du? Alter, wir kriegen so viel Damage. Alter, ich bin richtig okay. Vorsicht, Timo, der macht uns alle kaputt. Ich hab dich kaputt, Junge! Der hat einen Rabban und einen Melody. Er macht mir keine Angst. Sicher? Ja, genau, bei Hände wäre ich in meiner Ulti, du bist so dämlich. Ich bin tot. Also, klar. Wow, sieh mir den Triple, du Huber. Ich muss nicht noch mal rein. Nein, ich... Oh Gott, ich... Wie viel Schaden macht bitte der Timo? Hab ich doch gesagt, der wird uns dann kaputt machen! Ne, weißt du was? Ne. Ne. Ist einfach nicht mehr so! Äh, Leude, der der Olaf. Leude, der Timo, der Timo. Wie einfach nur Zukunft. Ja, gut, Tim, kann auch mal nicht mehr viel gucken, guck mal. Äh, LOL. Da kommt der O.K. Moment, mein Spawner gleich. Der ist schon lange weg, Alter. Der hat Jenna gefressen. Ah, Gott sei Dank. Alec here, Nimm da mal das Öffnende mit. Okay. lol meine ulti macht über 1300 schaden meine macht 22% des lebens weg nein gibts nicht ich dachte du hättest noch ein panta bekommen leider nicht, Janna hat gestealt, das hätt ich bekommen die sollten wir reporten sowieso ach so, weil...